Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Dein Gleich, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben den Brüller letztes Mal hier erledigt. Ich hab glaube noch an die... Moment, Moment, ich sag's euch. Na, 55 Bolzen wieder rausgezogen. Das hab ich noch kurz gemacht. Ähm, wir werden jetzt zur Höhle fahren. Muss nur aufpassen. So. Muss ich mal gucken wegen meiner Fahrkünstler, die sind... ...sensationell. So, wir könnten... ...hier drüber und dann links vorne. Okay. Oh, ich drück' ich mein Feuer an. Nichts, rechts. Nichts, rechts. Ich bin schon geheilt. Okay. Wir legen. So. Blick. Nehmen wir mal jetzt endlich da rein. Was ich schon lange vorhatte. Okay, die kommen nicht raus, weil... ...warte. Tolle Wurst. Oh. Die Dämpfe sind hier. Ja. Ups. Ich bin echt noch erwischt. Ich bin erstmal hier rein. Wo war's denn? Da. Der Abschnitt ist doch nicht umsonst, oder? Doch, ist umsonst. Hm. 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 Oh je, oh je, oh je. Ich guck erstmal oben rum. Es gibt kein oben rum. Komm ich hier wieder hoch? Ja. Ja. Das ist immer noch faszinierend. Ich liebe diese Sensor. Alles Soldaten, ne? Ach, kommt schon. Alter. Jetzt bist du komisch mit dem Bergab kämpfen. Hier ist, glaub ich, wieder ein bisschen dämpfig, genau. Okay. Geh mal zurück. Okay. Geh mal zurück. Zurück, da. Muss man da rüber. Au. Ich hab echt gedacht, ich komm da rüber. Ich bin nicht. Hm. Da geht es nicht hoch. Da geht es hoch, aber... Vielleicht hier lang. Kann ich nicht hüpfen. Jetzt lässt er mich... Irgendwas lässt mich nicht aufstehen. Ich glaub, der Stein hier... So. So. Ist das ein Zünder? Nicht drüben, ja. Die sind natürlich hier auch, oder? Natürlich sind die auch hier. Hm. Müssen wir echt gucken, wie wir da jetzt durchkommen. Hinter mir auch. Geh mal weiter. Ein bisschen mehr. Oh, ich lieb dieses Spiel. Okay. Ich lieb dieses Spiel. Ich lieb dieses Spiel. Ich lieb dieses Spiel. Uwe. Ja. Das ist ein größerer. Alter... 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 Moment... Immer noch Nacht. Ah, hier ist wieder dieser Nebel. Genau vor mir. Moment... Ich sehe... Ich bin sehr angespannt gerade. Hier drin bin ich recht sicher. Okay, wir werden sowas suchen. Alter... So haben wir ein geiles Game. Kommt schon her Leute. Komm. Kommen die nicht mehr oder was? Gut, ich kann immer hier wieder zurück. Okay. 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 Tarnung. Nein, will ich gar nicht. Ich will die alle weg machen. Bist du da? Ich will das, dass die von hinten kommen. Okay. 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 Das meine ich von hinten kommen. Das wird sowas länger, oder? Längeres. Dann gehts. Okay. Und jetzt... Und jetzt... ... ... ... ... ... ... ... zu spät schnallerein 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 alter schade boah heftig oh jetzt sind sie weg gut 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 ja 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 Wir brauchen noch hauptige Hilfe, Oma. Das ist einer von ihnen. Okay. Okay, der zweite ist auch tot. Keine große Überraschung. Wir brauchen noch hauptige Hilfe, Oma. Heilige Scheiße. Raismänner? Hm. Die Bahnen sind unversehrt. Ich wiederhole, die Bahnen sind unversehrt. Wir brauchen noch hauptige Hilfe, Oma. Mayday, Mayday. Hier spricht Barriac 5. Wir waren zu einem Umweg gefahren. Die Bahnen sind unversehrt. Ich wiederhole, die Bahnen sind unversehrt. Ja, klar. Wir brauchen noch hauptige Hilfe, Oma. Mayday, Mayday. Hier spricht Barriac 5. Wir waren zu einem Umweg gezwungen. Die Bahnen sind unversehrt. Ich wiederhole, die Bahnen sind unversehrt. Wir brauchen sofortige Hilfe, Oma. Die Bahnen sind unversehrt. Gut, aber wo sind sie? Hey, bist du da? Ich bin jetzt bei dieser Höhle und ich habe zwei deiner Brüder gefunden. Tod. Ich habe auch einen Notruf gehört. Irgendwas über Waren, die aber nicht hier sind. Wurden sie also wirklich gestohlen? Bitte sieh nicht weiter um. Wir versuchen mehr über den dritten Bruder in Erfahrung zu bringen. Nehmt euch in Acht, wenn ihr orangefarbene Uniformen seht. Oder ein Symbol mit drei horizontalen Streifen. Wie bitte? Die Banditen hier. Das sind Rais' Schläger. Sie sind schlimmer als die Untoten. Was in Haran passiert ist, geht größtenteils auf ihr Konto. Unversehrt. Verstehe. Danke, Kyle. Die Info wird uns sicherlich noch nützlich sein. Mayday, Mayday. Hier spricht Bariag 5. Wir bleiben zu einem Umweg gezwungen. Die Bladen sind unversehrt. Ich wiederhole, die Bahnen sind unversehrt. Guck mal hier nicht raus. Na ja, da. Oh. Oh, hat sie fast hängen geblieben. Also ich muss zurück. Die waren zu einem Umweg gezwungen. Die Bahnen sind unversehrt. Ich wiederhole, die Bahnen sind unversehrt. Wir brauchen sofort die GDF-Wagen. Bummer. Heißt ja, dass die ja hier wieder zurückgetragen worden sind. Und anderer Weg gibt es ja nicht. Hm. Oh. Vorhin hatte ich den Sprung nicht geschafft. Da stehen wieder einige. Gut, Leute. Wie es hier aber weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und lasst den Daumen da. Abo nicht vergessen, dass ihr es noch nicht habt. Und wie gesagt, einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020